Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Wir spielen wieder weiter Minecraft. Jetzt muss ich erst mal gucken was ich hier machen wollte. Ah, ich glaube ich muss erstmal etwas abfarmen. Und dann... Sobald ich weiß, wieder in die Höhle rein. Ich brauchte nur ein bisschen Essen. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon angeschlossen. Ich hoffe das wird besser werden. Meine Frau hat gesagt, das rauscht immer das andere Video. Bei denen habe ich allerdings jetzt mal das Problem. Das sehe ich. Wenn ich gegen Kabel komme. Da muss ich auch schon raus. Knacken. Ich weiß nicht ob ihr gerade etwas gehört habt. Ich habe etwas gehört. So, dass auch noch ein bisschen Erdung brauchen war. Vielleicht wollte ich schon einen mitnehmen. Dann nochmal oben reingehen. In mein Haus ohne Dach. Ah, wer ist denn? Ich bin mal wieder ein bisschen verwirrt. Da kann ich auch noch. Vielleicht kann ich das ja auch noch. Dann geht es mal jetzt ganz schnell zurück. In der Höhle. Ich hoffe. Ich hoffe. Dass ich da was wichtiges finde. Ich hoffe. Wie weit habe ich ja noch nicht mit der Höhle gekommen. Hier war da eine Eingang, die ich zugemacht habe. Wenn ich da nicht mehr reingehe. Das weiß ich noch. Den Eingang hatte ich neu. Bei dem war es glaube ich auch so. Dass beide Wege da hinführen. Wie ich wollte. Da ist ein Zombie. Ich habe schon mal ein bisschen Futter geholt. Ich gehe jetzt nochmal einen anderen Weg da lang. Schauen wo ich da reinkomme und rauskomme. Das ist blieb! Ich gehe jetzt aus! 월 Ich muss schnell die eine Fackel zurück und verschließen den Eingang. Da war ein Weg, da muss ich nicht umbelangt. Ich muss noch schnell ein bisschen Kohle abbauen. Ich muss noch nicht umbelangt. Ich muss noch nicht umbelangt. Was hier oben ist? Hier in der Ecke macht glaube ich auch nichts mehr Oh doch Das Kies? Warum fällt es nicht runter? Oh, 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 oh Kies, wo haben wir Kies? Das ist Kies Ha ha Ich würde auch gerne wissen, wo es dahin ist Achso Ich würde auch gerne wissen, wo es dahin ist Ich würde auch gerne wissen Achso Na gut, egal Das war eigentlich nichts Schauen wir mal, was da drunter ist Auch nichts Da Dann lassen wir das jetzt halt Hier unten war Kohle Deswegen gehen wir jetzt hier lang Oh, das Eisen Ich möchte aber einen Diamanten haben Ich möchte endlich in einer anderen Welt Okay Okay Ich glaube ich war hier schon mal Ich glaube das ist der Endgang Zombie Ich möchte wirklich Den Den Ich heißt den Schritt Nach dir Ich möchte mich noch mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, muss Diamant. Okay, muss Diamant. Ah, hier war der eine Eingang oder Ausgang bis zu der... Oh, das ist ein Eingang. 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 Oh, shit. Oh, kein Kies. Oh, das ist ein Eingang. 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 Oh, goll. Oh, das ist ein Eingang. 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 So, haben wir das alle? Was ist das da? Was ist das alle? Was ist das? Was ist das? Jetzt werde ich den Arm schließen. Was ist das? 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 Ich glaube ich muss noch ein bisschen was essen Und dann will ich schnell zurückrennen Aber erst noch Und dann zum nächsten Mal Jetzt muss ich noch mal kurz hier hoch Ah, ich werde hier verschließen einmal. Hochstein. 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 Und werde ich probieren zurück zu gehen. Zu meiner Basis. Was war es für heute? Eine kleine Runde. Nichts. Oh, das ist ein Creeper. Oh. 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 Schnell. Oh. 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 Jetzt waren sie ganz schön genervt die Drachen. Oh, ich muss schnell was abfahren. Immer wieder ein Brot mehr. Aber ich komme hier nicht voran. Das kann ich ja hier lassen. Das ist das Futter. Dann mache ich mal schnell Brot. Ich brauche es hier so zack da oben rein. Und dann schmeißen wir hier mal Eisen rein. Dann schmeißen wir Gold rein. Ah, sie füllen sie mit hoch. Krächen. Dann abgeben. Granit brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Kies brauche ich nicht. Und. Dann machen wir noch schnell. Eine Axt. Und dann war es das für heute. So, ich hoffe ihr hattet Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.